um st hallo und willkommen bei PwnH bei ich bin euer Begleiter Sion ja ich bin mit Pidda und Tio unterwegs ja der Piddy zockt Tarek und ich zockt Sion meine Damen und Herren wir gehen auf die Lane einfach nur weil es scheiße unfair ist und wir insgesamt einen Stun Dauer von 3 Sekunden haben früher waren es mal 4 mit so einem 4 Sekunden Stun das hat es richtig drauf meine Damen und Herren aber ich spiele Sion richtig unfair das werde ich gleich feststellen weil RK ist ziemlich stark aber damit müssen wir halt leben dass wir gleich so einen Stun mitbewerben welcher Stun tötet na 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 also ich spiele auf HD auf HD dann heißt es trotzdem gleich na welcher Stun tötet na 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 ich glaube ich starte insgesamt mit 120 HD am Anfang ja macht doch Spaß mhm ja das haben hier manche Leute mitgames nicht das ist schon nur richtig immer haben die Gegner eigentlich keinen Jungler oder nur keinen Smile? pfff weil ich meine wir haben Aoe Frost wir haben Aoe Feuer bei den Gegnern also wir haben keinen Jungler wir haben keinen Jungler schon wieder nicht was nimmt das wieder für ein PC da ey aber Schivana und Sijuani oder wie die heißt das ist ja die übelste Abkupferei muss man dazu mal sagen Aoe Frost Aoe Feuer ist ja auch überhaupt nicht so dass die beiden da ne ich glaube die beiden dienen auf die Lane diese Schivani und Schivana so meine Damen und Herren 83 HD dann geht der gute Sion hin holt sich bei Damage Longsward Backpack holt sich einen Trank dann geht der Sion runter und macht das hier 118 Pied Pied nee so schnell Pied OMG Pied ich komme Pied Pied ja jetzt kannst du auch mal schon vor vorn und vordere Ende des Busches gehen hat er sich runtergeportet oder was? der Pied ne ist gelaufen mit Schuh Pied schnell da bin ich Pied so jetzt kannst du rein was du noch für ein riesen Hammer dabei ja guck mal meinen hier meinen AD an Peter ich bin bei 118 AD ja 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 Peter super mal gucken Schivana Exos pass auf die haben Exos Digga wie wärst du wenn du mal Stunts an hat er nicht ich hab dein EGESGILD für diesen massiven Burst damage Peter sag dich doch hier hast du schon gestandte ich dachte ich bin hier der Fürst Sunder ey ja ja bist du auch ich hab nur Stunners ab Level 2 Peter er hat dein EGESGILD ich hab mir doch gerade schon festgestellt man hört die Münze fallen nein Get on my job, okay. Hm, was hat denn Renek an oben dann? Schlussfolgerlich. Oh, ein Wukong und? Irgendwas anderes, was ich gerade nicht sehen konnte. Oh, mein Pech. Schön gemacht, Piet. Es war aber so klar, dass die beide auf die Länge gehen. Na ja, Eis-Frost-Kombo, ne? Na ja, Feuer-Eis-Kombo, so. Ja, wann hat man dann Wasser? Tja, die wollen doch hier saufen. Ja, das funktioniert in Deutschland manchmal ganz gut. Peter, sag mal, wann du Stun wieder ready hast. Ich hab jetzt auch Stun. Ready, Digga? Everytime, ey. Wie dauert Stun eigentlich? Stun. Stun. Jawoll. Ups, Digga, sorry, alle. Entschuldige bitte. Haben wir vor 10 Sekunden noch von gesprochen. Ah, ich muss dann halt hier. Fahren, was er zeichelt. Ah. 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 Ah, ah. Ah. Da müssen wir es erstmal ein bisschen rauskommen lassen. Die Mitte fehlt. Haus, I'm dead serious. Ah, die so oben. Ah ne, das ist der doppelte Buchkopf. I do it. Peter, was meins war passiert, find ich krille, ey. Jupp. So, ich mache jetzt 142 guffligen Damage. Oh, super Peter. Ich habe jetzt gerade nicht die Möglichkeit, sie großartig von den Creep-Sack zu bekommen. Scheiß Tower-Camper hier. Oh, ich warte jetzt erstmal, bis ich 2000 Gold habe, für mir das. Peter, da hat dann Stun gefehlt. Gerade. Die hätte richtig kassieren können. Ja, wäre aber nicht zum Tod gekommen. Die hätte aber super kassiert, sie hätte zurückgemusst. Scheiße, was war das denn, Alter? Ich wollte doch einen rausdrücken, Alter. Oh, ich habe echt drauf gewartet, ey. Irgendwie war da ein Bug oder so. So, was? So, ein Bug. Also, zwei Tank-Zonen auf der Lane, das ist irgendwie lustig. Man kann nicht mal so einen kleinen Temo haben oder so einen guffligen Cannon, ey. Ja, ne? Ja. Peter, lass mich mal durchbauen. Wow. Man hat jetzt nicht gerechnet, wer ich ehrlich bin. Kein Problem. Ich wollte nur mal kurz meine Aggressivität zeigen. Aggressivitätsbereitschaft. Er zeigt Zähne. Hast du ein Spit on your Grave gesehen? Da bekommt der Spruch Zähne zeigen eine ganz andere Bedeutung. Wow, war es jetzt ein Charge oder was? Charge! Immer. Ja, ich fahre mir gerade einen Wolf, meine Damen und Herren. Und er hat mich schlägt. Yay! Er ist richtig mutig, der Tower-Range. Ach nee, Alter, die kleben da ja am Tower, Alter. Ja. Oh, schade, Peter. Miss. Oh, jetzt hatten sie den Exxos ausgepackt. Echt jetzt? Digga, ich kann nicht. Schade, Peter. Ich hab so ein Gefühl, ich hab was im Morin, Peter, ey. Was ist was im Morin? Ja, ich glaub, der Jungler kommt. Oh. Dafür hast du Fisch gehauen. Fair. Ja, ich dachte, ich krieg noch meinen zweiten Skill reingedrückt, aber... Da hab ich gesehen, dass du zu wenig Life hast. Das ist ne gute Idee, Digga. Und dann klau ich dir auch noch die ganzen Creeps eigentlich, ne? Ich Idiot, ey. Oh. Hilft ja nix. So, Peter, ich muss mal zurück. Jo, jo, ich halte hier kurz die Stellung ein, ne? Ja, lass dich nicht ärgern. Von wem? Also, ein bisschen, also... Hier, was sie unten sind, sie sind richtig am Arsch gefestet, hier. So, Digga, wie heißen nochmal die Items, die ich mal holen so für Life-Gold-Dingsbums da? So, something strange in the sea on the sea. Und, not, not, we don't care. Peter, ich komm runter. Ich komm runter, Pete. Pete, ich komme. Wow. Du hast grad geleckt. Du hast hier zufällig ein Wort mitgebracht, was? Doch, zwei Stück. Für den Busch da oben, ja. Kannst dann? Komm her, ich halte dich hoch. Scheiß Nazi-Tauer. Digga, ich hab kein Mal, ne? 16 Sekunden, ne? Das ist schlimm. Nicht einfach auskasten jetzt gleich, sondern kurz davor sagen, wovon du schießt. Ich schieße, ja? Ja, gut, gut. Schade. Ähm, Peter? Jo. Ach, schade, ist sie schon wieder. Hm. Sonst nicht, ich hab kein Exos mehr. Das sollte ja, das sollte eigentlich der Fall sein. Alter, wieso schießt der Tower mich von da hinten, da tickt der nicht mal richtig, aber. Weil das kann. Wie haben sie das verlängert, oder? Nein. Manchmal kommt es aber nur sofort, Peter. Aber die Trollen einen nur, weil sie mich hässlich. Ich denke, ich hab so viel kassiert, wie ich kann, ey. Wow. Ah, Exos, wunderbar. Gut gemacht, Peter. Go, go, go. Oh, ich hab gedacht, ich geh die sichere Variante, ja? Ja. War auch nur zu schlimm. So. Schade, wenn ich ehrlich bin, will ich eigentlich die ganze Zeit den Mana-Buff abgreifen hier. Aber der kommt nicht. Ich konnte es nämlich sehr guten Mana-Buff gebrauchen, glaube ich. Was ist das für sagen? Ich hab das eben in den Fitz abgedrückt. Digga, Hätze aus Gold finde ich unterleben, ne? Ja, oder wie? Ja. Ja, da müssen wir ja mal ganz kurz drüber reden, ne? So. Peter sind zum ersten Mal unseren Fahrer, ich fasst das nicht. Hey. So, ich versuch mal gerade den Drachen, ne? Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Oh, wir sind gleich mit Ulti hier versuch reinzugehen. Meinst du? Ja, ne. Jetzt hat sich das anders überlegt. Warum brenne ich so? Ich hab dich gerade angeschossen, Peter. Na gut. Schöner Wort. Danke. Was hast du Hilfe? Äh, das soll ich eigentlich alleine schaffen. Pete, beschäftige dich mal. Schon klar. Ich hab dich aber gestunnt, den Creeper. Ja, ja, da der Insta von mir auf die Beziehung kriegst. So, wie, Pete kommt. Du brauchst den. So, manche mal an. Ja. Pete, hol den dir, Pete. Du sollst den dir holen. So, wie. Gut. Gut. Ja, da, Tio ist mit dem Skype, Peter. Ah, jo. Digga, ich hab's ja nochmal schriftlich hinterlegt, ne? Bis später. Kann ich dich wollen, dass man ja freut. So, Pete, ey. Jetzt kannst du ja auch mal ganz halt so random stunnen. Random stun ist schön, ne? Zumal ich jetzt schon vor dem Creep stehen kann. Ja. So, schön gemacht, Pete. Die gehen mir langsam echt auf den Sack. Ich bin da, Pete. Endlich haben sie, sind sie mal ein bisschen aus ihrer Haut gekommen, meine Damen und Herren. Wollt auch Zeit. Jetzt können wir schön in Tower eindampfen. Digga, ich glaub, da kommt gleich was von oben. Wollen wir schon mal in den Busch gehen? Zum Abfangen? Genau, Digga. Genauso hab ich mir das vorgestellt. War nicht so. Schade, war keiner da, ey. Bleiben die Arschis hin, ey. Ich geh mal kurz back, Peter, ey. Was soll ich denn jetzt machen, ey? Oh, ich kauf mal kurz Schattenklingen. Oh, jo. Schattenklingen. Jo. Schattenklingen, oder sie? Ja. Die brauchst du auch, Digga. Oder jetzt, wie sie ja neu heißen, Phantom Dancer. Ja, ja. Schatten Dancer. Ja. Der gibt zero Sinn, wie ich finde. Ich glaub, ich verpiss mich mal wieder, ey. Peter, ich komm gerade runter. Ja, ich wollte mal eben kurz was kaufen, Alter. Ich brauch Kohle, ey. Ich hör mal nochmal zwei Herzen aus, aus YOL. Peter ist einmalig passiv, musst du aufpassen. Was? Der Effekt Herz aus Gold ist einmalig passiv. Was? Es ist einmalig passiv. Ja, und was soll ich nur holen? Was ist das denn für ein Kack, Alter? Ähm, Physiolosophersdown zum Beispiel. Wie bitte? Ähm, wie heißt das? Stein der Weisen. Ach, Stein der Weisen. Sag mal unter was, Digga. Ähm, Mana-Reck und Lebens-Reck. Äh. Start mit dem Board. Das haben sie eigentlich nur wegen Hidden-Fleck gemacht, ne? Damit man den Hard-G-Ring nicht mehr spielen konnte. Ja. Ja, oder auch, äh, Trinder mehr. Wenn's nicht geklappt hat mit Trinder mehr, dann ist einfach, äh, da ist einfach, äh, so ein Dings-Hard-G-Klingel gesteckt. Und so ein Rastverstanderarbeit. Oh mein Gott. Mist. Scheiß-Tower, ey. Scheiß-Tower, ey. Die wussten, dass wir kommen, dass war ein Wort. Schade. Hier irgendwo steht der Wort. Hier irgendwo, da ist Wort. Ähm, bäm, yeah. Ich finde, meine Damen und Herren, Sion ist eigentlich ein sehr, sehr guter Starter-Champ. Oh. Sag mal. Wofür hat die den, den Scheiß? Ja, Tower, hält mich ja zweimal an, weil er's kann's. Hat er doch gerade schon. Ja. Ich weiß. Und warum? Weil er's kann. Äh, übrigens, habt ihr das schon mitbekommen hier, die neue Seefahrtsregeln? Nö. Kapitän, Frauen und Kinder zuerst. Hahaha. Ah, weil, bei diesem Kreuzertschiff der Kapitän Insel weggegangen ist. Oh, das ist doch schon ein paar Wochen her, oder? Pete? Was? Das ist doch schon ein paar Wochen her, der Unfall. Tja, aber trotzdem lachen die Leute immer noch, wenn ich das denen erzähle. Ach, wo der Kapitän dazu erst von Bord ist? Ja. Hahaha. Was hat der denn jetzt vor? Jetzt mal ernsthaft, ey. Kann mir auch einer kurz helfen für den Blue-Buff, bitte? Bitte? Klar, Pete. Ich komm. Ich fang schon mal monströs an. Monströs? Wie der Päder sieht, klein, erstmal guffelt hier, ey. Ja sicher, wir machen aufschauen, ey. Oh, komm schon, Pete, holen die dir. Thanks. Peter, komm mit. Bin dabei. Tank den Dragon, please. Jawohl. Mein Job. Das soll ja geil aussehen. Ja, Digga. Haben wir das gut gehen, ne? Stun ohne Ende halt, ne? Das ist auch eine ziemlich gute Anfängerland-Dir spielen könnte, meine Damen und Herren. Also, Sion und Tarek ist eigentlich ziemlich einfach. Man braucht dafür nicht viel Skill. Das ist echt easy. Mit dem, mit dem hat er dann eine Action-Probleme. Ja, Fitz hat sich lieber dazu entschieden, komplett in der Ultima stehen zu bleiben. Und kommt noch weg. Aber gerade eben. Ah, leck mir da mal. Schuffel-Creeps, ey. Ganz im Ernst. Na, ich geh mal schnell einkaufen. Na, ich brauche noch ein bisschen für meine Kriminellendlichkeit. Ich hole mir erst mal Ruhe zum Sohn. Tio ist ein Rassist, meinsamt, ja? Wollte ich auch immer so an dieser Stelle erwähnen. Da bitte Bescheid liste. Weil du ein Rassist bist, Tio. Ach so. Ja, ich hab's zu leugnen. Ja. Ich steh dazu. Ich diskriminiere sie. Ich mach sie gern fertig. Ich ohne sie. Den ganzen Tag. Amts mit Leuchtung. Oh, Peter. Ich hab gehört, wir hauen unten wieder Schewana platt. Hab ich mir auch grad so gedacht. Ab in den Busch. Kurz warten. Und ich komm von vorne. Runter, runter, biet. Runter, runter, runter. Runter. Super. Alter, warum klickt das nicht, Digga? Ich hab gedrückt, das ging nicht, Alter. Was war das denn? Ich hab's auch klicken gehört wieder. Ach, das kann doch auch nicht angehen. Warum hast du dafür Ulti verschwendet? Tio, Tio, ich brauch Gold, Alter. Der habgierige Supporter, meine Damen und Herren. Der habgierige Supporter. Digga, ich hab alle 30 Sekunden Ulti frei. Go, 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 go. Hast du Ulti? Hi. Hi. Na, Kata? Stand up, Piet. Good on, Digga. Piet, weg, weg, weg. Stun und weg. Stun und weg, die Fatze. Stun, stun. Wacht, wir fahren. Da baut es sich was. Du weißt auch, ich glaube so ungern herheg. Oh, schade. schon manchmal so ein rassist kann ich wollte ich wollte doch nur helfen dass nur noch one hit im russ siehst du die wollen ja nicht tun ja ich fängt gerade an zu lecken warum immer zwei cd sollte nicht so schnell voll sein keine ahnung was gerade ist meine damen und herren was geht es denn da meine aufnahmen rücke gerade ein bisschen schon seit ewigkeit nicht mehr vorkommen keine ahnung warum jetzt einer lief oder wie einer sich nicht zu äußern vielleicht schau ich ja noch wie klingelndlichkeit zu sparen bei der und herren vor wie gf schade meint ja piet 2 mitgenommen 2 ist das hier nicht meiner hochbequemt wo drei mitgenommen 5 1 6 1 so ist mit sie und easy aber damen und herren 24 minute schatten klingen und klingelndlichkeit hat er gewonnen wenn es der hässliche sie ja noch und wenn ich aus meinem jungle verziehen würde wäre ich so ja der ist nicht hässlich er ist nicht hässlich so sehr er nicht aber das ist ein typ ohne seele in untoten steuern fast schon irgendwie ha 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 pick dich dir lass mal lieber den herren legen meinte ja ja Wenn's knapp wird, zünd ich Ulti. OP-Shield. Lass mal oben hin. Ja, das hab ich auch gerade gesehen. Ist der Geist gezündet? Ja. Bist im Kuffel? Das war sehr geistreich. Oh, da tut mir ja richtig leid, Anna. Ah, das war doof, Tio. Wieso? Hast mir keine Chance gelassen, sie kurz zu stammen. Ich hätte gern Kilo gekriegt. Wie, 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 wie. Ja, die wundern sich jetzt OMG. Wo kommt der Baron her? Ja. Baron ist wie ein Teemail, meine Damen und Herren. Sau gefährlich. Der Affe rennt. Der Affe rennt. Oh. Tam, tam, tam. Da kam kleiner Sion von der Seite rein in den Kuffel. Hm. Pete, ich hab gehört, wir machen einen Dragon? Hm, ja. Wegen. Ja, alles klar. Machen wir. Mit dem Dragon hab ich's doch immer so, Digga. Weißt du? Ja. Ist das irgendwas Persönliches, ne? Hey, ich krieg das Ding für 700 irgendwas. So, die kleine Kader will's wissen, habe ich gehört. Links, links, links. Ja, die haut sonst ab, ey. Die ist so schnell. Schade, Pete, ey. Kamst nicht hinterher. Ja, Geils gibt's im Lock. Wie solltest du? Aber jetzt kam ich ran. Bleibt alles schön bei mir in der Nähe. Nur bei mir in der Nähe bleiben. Super gemacht, Leute. Die wundern sich jetzt, warum wir nicht da unten sind, ne? Ja, meine Damen und Herren. Sie und seine Ulti, sau pervers. 50% von meinen Schaden, also die 700er Krits, gehen in den Heal für die ganze Gruppe über. Total imbar. Deswegen hat das Team jetzt gerade keine Chance gehabt. Und hier, Tio und Peter sind schön bei mir geblieben. Doch, Mann, oh, ey. Vielleicht habe ich's noch. Easy! Ausrufezeichen. Irgendwie sowas. Ja, ganz im Ernst. Sonnscheiß. Immer am Aufgeben, immer am Aufgeben. Langsam macht's keinen Spaß. Ja, das war mal wieder Team Punnetsch bei, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!